Hallo und herzlich willkommen zu einem April-Special-Aufklärungs-Wie-auch-Immer-Video. Denn, ich bin heute online gekommen aus der Schule und dachte nur, WTF, warum tut uns Mojang das an? Ihr hört's schon. Wenn ich irgendwo drüber laufe, sagt er, wo ich bin. Wenn er irgendwo Wasser vermutet, sagt er schon, oh, irgendwo ist Wasser. Ich gehe gleich in die Creeper-Farm von Skippy-Craft von Warp-Monster. Dann wollen wir mal gucken. Ja, ich hoffe, ihr hört mich. Es ist einfach, einfach nervig. Es ist egal. Es ist einfach nur nervig. Aber ich habe herausgefunden, wie man es ausschalten kann. Ach ja, wenn man klickt, was sagt er, klick? Man geht einfach auf Geräusche und macht freundliche Kreaturen auf. Das Klickgeräusch, dieses Klick ist zwar noch da. Toll, es wird gerade gesaugt bei mir, eine ganz tolle Sache. Aber, das Namen dann auch noch, aber... Oh! Man hört sogar von den anderen die Sachen. Das war das Aufklärungs-April-Special-Video. Wie auch immer, wie ihr das sehen wollt. Egal, wie ich es nenne. Mich kriegt das irgendwie auf. Auch wenn ich sitze, irgendwie witzig finde. Muss ich ehrlich sagen. Aber, das ist ein bisschen übertrieben. Weil, wenn man jetzt wirklich hier, wie ich schätze auch nochmal an, in die Monster-Farm reingeht. Denn, ähm... Es ist einfach zu übertrieben. Hits, 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 Hits! Ich glaube, ich nenne die Folge Minecraft macht April-Scherz. Wenn der Bum macht, macht auch wen sie geweräusche. Ja, uuuh. Ähm, Fuggi. Okay. Mehr oder Mathe, Slash-Ges. Ähm. So, wenn euch diese nervliche Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst ein paar Comments da, klack, 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 halt die Klappe, bis zum nächsten Mal, lasst ein Abo da und tschau.